In eigener Sache. Diesen Kanal gibt es seit nunmehr zwei Jahren. Und während ich mich letztes Jahr um diese Zeit darüber gefreut hatte, dass der Kanal gerade die 1000 Abonnentenmarke überschritten hatte, so sind die jetzigen 3200 Abonnenten für mich noch mehr Motivation, dieses Projekt weiterhin motiviert fortzusetzen. Allerdings, und deshalb das heutige Video, werde ich in den kommenden Wochen ausfallen. Ich kann wahrscheinlich gelegentlich mit dem Smartphone online sein, aber keine Videos editieren. Natürlich hoffe ich rechtzeitig für ein Video zum Winter-Event wieder da sein zu können. Natürlich freue ich mich, wenn das Interesse an diesem Kanal weiterhin so wächst und toll wäre es, wenn jeder in seiner Gilde auf diesen Kanal hinweisen könnte, denn es gibt tausendmal mehr FOA-Spieler als Zuschauer in diesem Kanal. Auf bald! Auf bald! auf bald! auf bald! auf bald! so